Guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Philosophie auf der Fähre. Beschäftigen wir uns mal wieder mit der Bundesregierung, mit der geplatzten Koalition. Mittlerweile steht wohl fest, wann es Neuwahlen geben wird. Man hat sich also geeinigt, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz am 16. Dezember die Vertrauensfrage stellen wird. Und man geht davon aus, dass das dann auch durchgeht, sprich, dass er das Vertrauen aberkannt bekommt, sodass dann der Bundespräsident Neuwahlen anberaumen kann und die sollen dann am 23. Februar sein. So weit, so gut. Also die Neuwahlen sind wohl in Sicht und im Kalender. Jetzt hört man, dass es wohl innerhalb der SPD, der Mütze nicht, der Fraktionschef nennt es, ein Grummeln gibt, was die Kanzlerkandidatur betrifft. Es wurde ja bisher davon ausgegangen und gesagt, dass Olaf Scholz, der zukünftige Ex-Kanzler, auch der zukünftige Kanzler oder zumindest Kanzlerkandidat der SPD sein möchte und eben die SPD als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf führen möchte. Aber dieses Grummeln in der SPD bedeutet wohl, dass es Leute gibt, die da skeptisch sind, ob Ole der Richtige ist und vielleicht eher ein anderer, hochgehandelt wird hier Pistorius, der bessere Kandidat werden. Jetzt stellt sich die Frage, erkennt Olaf Scholz die Zeichen der Zeit, wenn es lauter wird, dieses Grummeln und tritt eben erst gar nicht mehr an oder aber tritt er an und macht dann sozusagen den Joe Biden, in dem er dann mitten im Wahlkampf doch zurückzieht und eben jemand anderes, sprich den Pistorius, ans Ruder lässt. Ja, das ist so die aktuelle Entwicklung, die man derzeit so in den Nachrichten hört. Das ganze Thema bleibt also spannend. So, meine Fähre ist gerade angekommen, das heißt, ich werde jetzt mal auf die Fähre fahren und mich auf dem Weg zur Arbeit über den Rhein begeben. Ich wünsche euch einen, naja, hoffentlich vielleicht noch sonnigen Tag. Im Moment ist es ja eher eklig, herbstlich. Also dann, ciao, ciao.